Was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute für euch Best of Weekend League von dem Wochenende jetzt. Ja, wir haben schlecht angefangen. Ich glaube, ich stand... Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie ich stand. Ich glaube, ich stand 13-3 oder so. Stand dann 16-5, darunter war ein DC. Sprich, wir standen 16-5 am Samstagabend, wo wir unsere letzten Games gemacht haben. Und wir durften in den letzten neun Spielen zwei verlieren und mussten sieben gewinnen, um Elite 3 zu packen. Standen dann, glaube ich, 19-6. Sprich, wir brauchten aus den letzten fünf Spielen vier Siege, durften uns eine Niederlage erlauben, um Elite 3 zu packen. Ja, und Matchmaking, ich habe keine Ahnung, was da los war, aber auf einmal habe ich Gegner bekommen, wo ich mir dachte, holy shit, das wird nichts mit Elite. Freunde, drei Games habe ich heute für euch oder vier sogar, das weiß ich noch nicht. Ich nehme das vorher auf, ich schneide gleich erst das Ganze zusammen. Zwei davon gegen absolute kranke Schwitzer-Teams. Also die Spiele, werdet ihr sehen, ich glaube, das ist bisher mit das geilste Spiel, was ich in FIFA hatte. Und ja, einfach von der Qualität her, einfach vom Gegner her und es hat einfach ultra Bock gemacht, dieses ganze Geschwitze. Ich hoffe, man hört nicht zu viel Musik im Hintergrund, weil ich habe die epische Musik drauf gehabt, habe voll fokussiert gespielt und habe die auch, glaube ich, gut aufgedreht. Also, falls ihr ein bisschen gemischte Musikrichtung hören solltet, liegt es wahrscheinlich daran, weil es im Stream ein bisschen lauter war. Aber, ich brauche das, ich habe es gebraucht und letztlich hat es sich auch gelohnt. Vielleicht, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Freunde, lasst aber natürlich gerne ein Like, falls es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr neu seid. Folgt mir gerne auf Instagram, da werdet ihr jedes Mal benachrichtigt, falls ein Stream kommt oder ein Video angekündigt wird. Da werdet ihr alles auf Instagram erfahren. Ja, sonst würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video. Denkt dran, Support ist kein Mord und ich hoffe Donnerstag auf gute Rewards. Abfahrt, Freunde. Abfahrt! Ich hätte keinen Bock mehr, dann soll er mich wenigstens vor... Was ist das denn? Brinky. Alles klar, oder? Okay. So ein Team könntest du E-Sportler sein, ja. Dann mache ich so einen Fehler, Mann. Ja, Mann. Nice, Fick hier. Warum stehst du im Abseits, Fick hier? Fick hier. Warum stehst du im Abseits, Fick hier? Das wäre dein Dreierpack gewesen. Bruder. Mach doch sowas nicht. Korn auf. Korn auf. ist da Junge! Putz! Kommt schon! Junge. Oh nein, nein! Nicht so! Starkut! Nein, dafür kriegt er doch nicht Elfmeter! Dafür kriegt er jetzt nicht Elfmeter, oder? Digga, wo hat Kotor denn da eine Frau gespielt? Yes, Gutin! Komm, Junge, komm! Yes! Du Maschine! Reingepackt für Bailly! Hunderttausendmal besser, Alter! Ja, Mann! Holy Shit! Ave Maria! Ave Maria, Junge! Holy Shit! Epic Music! Push dich so hart! Oh mein Gott! Holy Shit! Bin ich grad hyped! Bin grad richtig nicht unter Strom! Ja, Mann! Oh mein fucking Gott! Ja, Mann! Holy Shit, Digga! 13 Schüsse! 13 aufs Tor! Boah, krass! Digga, was ist jetzt denn los? What the fuck? Back-to-back-Icon-OPs-Fuck-Team! Holy Shit! Muss ich jetzt nur noch gegen Schwitzer spielen, um Elite zu packen, oder was? Alter! Das ist ja... ...zwitter Kräufel, Mann! Cheja! Ach ja, jetzt weiß ich schon mal, was das für'n Bild da ist! Komm schon! Komm, Junge! Weg hier, du Maschine. Abfuckst! Was ist das denn für ein lächerliches Tor Was ist das denn für ein lächerliches Tor Alles klar, oder? Come on, Fikir Junge, der Junge ist am Durchdrehen Abfahrt Abfahrt Yes Frisst das, mein Junge Frisst das, mein Junge Und frisst nochmal nen Depp PUSH DICH, Junge PUSH PUSH, Junge Und nochmal nen Depp Und nochmal nen Depp Und nochmal nen Depp Und nochmal nen Depp, Junge Komm, komm Gib mir die Ehre Gib mir die Ehre, Junge PUTM Hazard 89er Cruyff PUTM Lukas Canty Pogba CL Del Piro Prime Alba Varan CL Prime Ferdinand Walker Navas CL Haust rein Puts Gut, dass meine Eltern nicht zu Hause sind Und ich immer einfach schreien kann Wie ein Behinderter Weil ich gerade So unter Strom bin Ich muss mir nochmal kurz was vor angucken Ich muss mir nochmal kurz was vor angucken Ich hab's eher geschossen, Alter Ich hab's eher geschossen, Alter Hahahaha Holy shit Das war's der heftigsten Gegentore, das ich bisher kassiert hab Kein Scho Kein Scho Ich sehe, wir haben jetzt mal miteinander Ok, man, so gibt's Info Was hab ich da für mich planken lassen Und da wechselt noch jemanden ein Freunde Spiele Militze Spiele Militze Spiele Militze Äh, Ege? Glück sein Vater Urgroßvater Raweki Oh, da macht das Ding rein Holy shit Holy shit Yes, Reus Komm, Junge Nice Aber mit Ronaldo kannst du halt beides mal an Tempo Nein, nicht so dumm Oh mein Gott, Coutoire, Alter Holy shit, was ne Parade Was ne Parade Wie hat er den denn da rausgecatcht? Als wenn das funktioniert hat Lull Alles klar Ich hab ne neue Eckballvariante Wie OP ist das denn? Komm, Johann Fran Drück ihm mal ein Traumtor Nein Bruder Muss los Bruder, muss los Drück ihm doch einfach das Ding rein Nicht so, nicht so, nicht so Ohhhh Unnötig Egal Oh, Depay Junge, er macht das Ding rein Das war so geil gespielt Und er macht Er trägt den Ball mit links nicht richtig Ja, 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 ja Hoots YAMA Hoots Woooo Woo Wow Ha Oo Alter, war das ein schwerer Weg, also ich wusste ja, dass dieser Weg kein leichter sein wird, aber alter, Gordon, wenn du wüsstest, gegen was für Schwitzer ich gespielt habe, hier, ich zeig euch das mal kurz.